Wo ist Kalanta wohl nie abgeblieben? Dass Kalanta ihr Kind liebt, machte sie jedenfalls in einem Insta-Beitrag anlässlich Püppis Geburtstag vor rund einem Jahr deutlich. Am 21. Dezember 2021 schrieb sie, heute vor drei Jahren um 8.33 Uhr hast du das Licht der Welt erblickt, die Zeit vergeht einfach so schnell und du bist schon so groß geworden, mein kleiner Engel. Du bist lieb und höflich, du redest so viel, das ist unglaublich und du bist sogar süß. Dein Lächeln verzaubert einfach jeden. Genieße das Leben, spiele im Matsch, tanze im Regen, finde tolle Freunde, folge deinen Träumen. Blicke immer nach vorn und glaube an dich. Sei immer du selbst, mein Schatz. Wenn du lachst und fröhlich bist, leuchtet für uns ein Stern. Mama liebt dich, mein kleiner Schatz. Happy Birthday, meine Püppi. Kalanta wohl nie weiter verschwunden. Wer hat das Sorgerecht für Püppi? Kalanta wohl nie ist bei die Wollnies, eine schrecklich große Familie ausgestiegen und abgetaucht. Was wir jetzt aus Püppi? Am 5. April 2023 lief die letzte Folge der 17. Staffel der Scripted Reality Sendung die Wollnies. Von einem altbekannten Gesicht fehlte in allen Episoden jedoch jede Spur, Kalanta wohl nie. Auch in der 18. Staffel, die seit September auf RTL 2 läuft, fehlt die junge Mutter. Anscheinend ist die 22-Jährige komplett aus der Serie ausgestiegen. Was den Fans besonders seltsam vorkommt, ihre Tochter Katalea, die von Sylvia Wollnie und Co. Stets als Püppi bezeichnet wird, ist auf RTL 2 weiterhin mit von der Party.Längst ist klar, Kalantas Auszug nicht bloß vorübergehend gewesen zu sein. Noch immer fehlt von der jungen Mutter jede Spur. Sogar am 4. Geburtstag der kleinen Katalea am 21. December 2022 ließ sich Kalanta nicht blicken. Zumindest tauchte sie nicht in der Instastory ihrer Mutter auf und meldete sich auch nicht selbst auf Social My da. Auf Instagram haben Fans schon lange kein Update mehr erhalten. Der letzte stand, sie wolle sich vorerst auf sich konzentrieren. Seither ist die 22-Jährige verschwunden.Hat Sylvia Wollnie das Sorgerecht für Katalea alias Püppi? Wo steckt Kalanta und wie geht es mit Töchterchen Katalea weiter? Und wer hat mittlerweile eigentlich das Sorgerecht für Püppi? All das beschäftigt Wollnie Fans aktuell, denn die schweren Vorwürfe, die Kalanta im Februar 2020 gegen ihre Mutter Sylvia erhob, sind in den Köpfen noch sehr präsent. Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal mit ihr darüber gesprochen. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird. Vor einer Woche hat die Mama dann das Jugendamt informiert, hatte sie damals in ihrer Instastory behauptet. Sylvia habe ihr vorgeworfen, sich nicht richtig um Katalea kümmern zu können. Sie wolle ihr Kind allerdings nicht aufgeben und um Püppi kämpfen. Ich lasse mir die Kleine nicht wegnehmen, so die 22-Jährige vor über zwei Jahren. Wie sich die Causa seither entwickelt hat, ist unklar. Bekannt ist jedoch, dass Püppi auch jetzt noch bei Sylvia Wollnie und ihrem Lebensgefährten Harald Elsenbast lebt. Sogar in der Türkei ist die Kleine stets mit von der Partie. Hat Sylvia Wollnie mittlerweile offiziell das Sorgerecht für Katalea? Unklar. Wie Sylvia Anfang Januar 2023 in einer Fragerunde auf Instagram behauptete, besteht weiterhin. Die Wollnies, wird Katalea bei Sylvia in der Türkei aufwachsen. Was Fans dabei vor allem interessiert, hat Sylvia Wollnie mittlerweile das alleinige Sorgerecht für Püppi. Und wenn ja, warum? Wir erinnern uns, im Februar 2020 hatte Kalanta Wollnie schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter Sylvia erhob. Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Ich hatte vor ein paar Monaten schon mal mit ihr darüber gesprochen. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird. Vor einer Woche hat die Mama dann das Jugendamt informiert. So die Wollnie-Rebellin damals via Instastory. Sylvia habe ihr vorgeworfen, sich nicht richtig um Katalea kümmern zu können. Sie wolle ihr Kind allerdings nicht aufgeben und um Püppi kämpfen. Ich lasse mir die Kleine nicht wegnehmen, lautete das Schlussplädoyer. Wie es danach weiterging, was hinter den Kulissen ablief, ist unklar. Was jedoch auf der Hand liegt, Kalanta hat offenbar ihren Kampf um die kleine Püppi verloren, denn das Kind befindet sich seit Jahren in der Obhut von Sylvia Wollnie. Wer das entschieden hat, obwohl das Leben bei Sylvia Wollnie für die Kleine auch mit der Darstellung im TV und einer Menge öffentlicher Aufmerksamkeit einhergeht, ist unklar, zumal Kalanta selbst genau hierunter Zeit ihres Lebens sehr litt. Auch Jeremy Pascal Wollnie zog sich als Erwachsener aus dem Rampenlicht zurück, erklärte mehrfach, wie belastend das Leben im Mittelpunkt als Kind gewesen sei. Hinzu kommt, Sylvia Wollnie geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt.